Was für eine Überraschung! Patrizia und Alexandro Ionel bekommen Zwillinge! Die beiden Profitänzer sind bereits stolze Eltern eines rund zwei Jahre alten Sohnes namens Noeles. Vor wenigen Monaten verkünden die zwei dann wieder süße Neuigkeiten. Patrizia ist erneut schwanger. Das Geschlecht ihres Nachwuchses enthüllen sie nun live während der Let's Dance Profi-Challenge und sorgen damit für ziemlich erstaunte Gesichter im Publikum. Nach ihrer emotionalen Choreografie fliegt nämlich nicht nur pinkes, sondern auch blaues Konfetti über die Bühne. Das Paar erwartet gleich zwei Babys, ein Mädchen und einen Jungen. Bis es soweit ist, dauert es allerdings noch ein bisschen. Patrizia und Alexandro bleibt also noch Zeit, sich auf die Ankunft ihrer Twins vorzubereiten.